Ich führe in mir, eto, ich sag, eto, eto Ich dachte jetzt, wir finden das scheiße, das will ich Nein! Nein Was geht bei deinen Hasen raus? Du bist nicht mein Hamster, der findet jetzt ein Lausseit Ach so, Entschuldigung Ich wusste nicht, dass du drei einen Hamster hast Auch Hasen, Hamster, Aquarium bald, läuft bei dir Ja, zu diesem Hamster suche ich noch einen Namen Noch nicht so lange bei dir, oder? So zwei, drei Wochen Ach so, ach süß Der Alte ist gestorben Ja Und jetzt der Neue suche ich noch einen Namen Mir ist noch keiner eingefallen Ich meinte, eto, eto Eto Eto, eto, eto Weil Alex hat ihn ja, glaub ich, Jeff schon getauft Jeff, weil da bist Jeff Das war ja das Level, oh nein Komm schon, komm schon, komm schon Ach man Jawoll Yes Bye Wie liegt der da auf Kante? Was soll denn der Scheiß? Hey, wir sind alle noch gleich Oh Bubi, ich hab ein Handicap Ich hab... Ich glaub Ein ganz großes Handicap hast du Bei mir klopft sie die ganze Zeit Und hier redet von Handicap Ja genau Nur weil der Kater auf dem Tisch hüpft, weil er Hunger hat Nein! Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich mach jetzt hier kurz das Loch da rein Dann twitter ich den schnell Der kann ja bestimmt Pause drücken, oder? Dann twitter ich den schnell Der kann bestimmt Pause drücken Ja, aber der kann als Host bestimmt Pause Nee, den kann ich nicht Jetzt wüsste ich nicht wie Kannst nicht, wenn du Escape drückst, steht da nicht Pause dran Nö Ich kann nur das ganze Spiel nahmlegen Oh ne, das war die dummes Ding Ich mein, sonst können wir auch einfach alle zwei Minuten Pause machen Dann zieht's ja für jeden gleich viel ab, weisch? Wie ich mein Ich brauche mal in den Controls, ob da irgendwas ist, aber... Ja, ich kann auch einfach zwei Minuten lang nix machen Dann gibt's ja auch Weisch? Dann mach ich das Ich lass einfach so, okay? Keine Hm Okay, wir können loslegen, Marvin. So, nach einer Minute. Äh, wir haben nur noch eine Minute. Ja, du ist jetzt doof, weil komm, wo ich lieg. Ich lieg hier so halb schwer. Doch egal, spür doch einfach. Hä? Achso. Hä? Krass. Ich tue nichts dafür, wo du liegst, Mensch. Ja doch. Ah nein. Ist das schon mal süß, dass ihr überhaupt gewartet habt? Oh nein. Ja klar, Fairplay und so. Fairplay ist bei mir ganz hoch im Kopf. Gut zu wissen. Ich habe mit dir Monopoly gespielt. Ich weiß, dass das eine Lüge ist. Ey, das war gut. Vor allem, als Cary mit den 2-Bahn-Hilfen noch verkauft hat, da lief's. Ach Alter, was ist denn das für eine behinderte Katja hier? Entschuldigung. Mit der Hunger. Der ist doch so Panic-Nex. Ja, ich überleg auch die ganze Zeit, aber das wäre unfair dir gegenüber. Ach, was ist doch einfach. Yay, Nex-Nex. Ach, das war die. Der Scheiß. Jawoll. Oh. Ups. Fällt mir gerade ein, ich habe mir neue Chips gekauft. Okay, Behinderte hätte ich mich jetzt nicht da hinstellen können, oder? Ja. Wo denn? Ich guck dir gerade mal zu. Wie kann man eigentlich den Kevin dann zugucken? Ah, mit Linksklick. Ja gut, Saadaste ist echt blöd. Ah, bisschen weniger. Bisschen weniger. Wie gerade eben. Nice. Oh. Doch nicht so nice. Aber so war's gerade richtig. Musst du nur ein bisschen mehr vielleicht wieder. Ne? Ich hab's doch vom letzten Mal schon nicht geschafft. Ne, mehr. Du musst auch weiter nach rechts. Hab ich ja gemacht, oder? Ja, so wie jetzt gerade und jetzt nur stärker. Genau. Ne, das war zu stark. Geht doch. Oh. Unfassbar. Wie ist denn das passiert? Jetzt musst du ungefähr bis zur Hälfte... Es war zu stark. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist denn das? Oh mein Gott. Oh, das ist verpackt. Hey, das ist verpackt. Du musst da rüber zuckt. Ja, nein. Oh nein. Ist das behindert. Wie ist das verpackt? Ich stehe doch voll auf der Kante. Ich weiß gar nicht, was du bist. Du hast noch 10 Sekunden schnell... Was warst du bei uns? Bei uns warst du an der Wand drin geklebt. Ja. Achso. Ne. Ich lag auf Kante. Egal, die 1.30 kann man schon mal machen. Oh, Bärde! Mh mh mh. Na, jetzt kommt das. Let's mal schauen. Oh, das war daneben. Nein! Ups. Ja, drüber. Ich auch. Nein! Boah, Pa! Ist klar, jetzt hörst du wieder an. Meine Musik. Ups. Ist klar, springt das Loch davor weg. Hey, ein Schnitt voll versaut. Boah, fast in einem hätte ich's geschafft. Ich hab mir das getrampelt von meinem Hamster die ganze Zeit oder nur wenn ich rede? Geh die ganze Zeit So Dann warte, ich mach mal ein Mikro weiter runter Double Boogie 48, kann man schon mal machen, ne? Geht's besser? Nein Ja, schon, ja, das ist halt ein bisschen laut Oh nein Wo ist denn der jetzt hingefahren? Alter Oh, jetzt aber Oh, wacht, der wird böse Eigentlich kann ich ihm mal sagen, er soll ein bisschen leiser sein Ach, come on Wenn du ein Jeff bist, bist du jetzt leise Bitte Bin drin, Marvin Ja klar Direkt 52, alter Nee Nein, bleib da, bleib da, bleib da, neiiin So nicht, jetzt kann ich den ganzen Weg außen rum gehen Ich denk, keiner vor uns geht immer stoppen Diesen Nacht, bevor keiner denn nehmt Ach, Mann Ist ja so geil gewesen, wenn er echt oben geblieben wäre Ich küsse dich, weine ich dich lieb Nein Wichtig Wichtig Kämme feste drauf Jawoll Fest Komm Anschlag Alles war es mit dem Wasser, da bist du abgestutzt Huch Huch Ach ne, da war der Hobel, oh neiiin Siehst du jetzt, wie süß das ist? Huiiii Ist das nicht voll süß? Dein Schwimmbreiten Ich ganz verstehe, was die mit Linksklick gemeint haben, aber gut Ja, wenn du ihn im Wasser anhalten würdest Wäre total viel Sinn macht Nein Na dann kann ich mir die gleiche Idee Und neiiiinn Ne machen wir die immer füiiste drauf Aber echt, das macht ja keinen SPASS Wo kommen wir denn dahin mit Zärtlichkeiten? Oha, komm, das dreht sich da drüben. Oh mann. Oh. Ein Lutsch. Ach shit. Was? Oh oh, nein. Nein! Nein, 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 so schön. Entschuldigung. Nein. Nein! Das ist richtig schwer. Nein! Nein! Jawoll! Na? Na? Nein! Oh, das war blöd! Jetzt sind meine Linkmechs! Ah, ihr müsst da noch rüber! Das war zu früh! Ne, das war zu blöd! Alter! Du musst auf die linke Kante gehen, Kevin! Nicht auf die rechte! Die linke Kante, musst du gehen! Ah, bisschen später! Ja, super! Und jetzt stehe ich um die Kurve! Also die rechte hat bei mir aber funktioniert und nicht die linke manchmal! Echt? Bei mir hat nur die linke funktioniert! Geht beides, kommt halt immer aufs Timing drauf an! Ja! All about time! Okay, dieses Level fickt meinen Score! Boah! Ja, guck aber, die rechte ist immer gleich unten! Deswegen! Oh man! Die linke geht ja nur nach oben! Ne, wenn du aber... Ne, die, die... Ja, schon! Aber wenn du ihn so schießt, dass das Ganze noch in der Luft ist! Was? Ja! Egal! Nein! Hörschloch! Oh! Oh, Alter! Was ist denn das für ein Kack hier? Boogie! Boogie! Einen zu Schark! Boogie oder Boogie? Boogie oder Boogie? Immer noch Boogie! Oh! Ach genau, Kevin! Ich hab das genau gesehen, dass du durchs Holz gegangen bist! Nein, drüber gesprungen! Drüber gesprungen! Drüber gesprungen! Der ist gecheated, oder was? Ja! Was? Auf einmal war das Holz weg! Okay! Ups! Oh nein! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh nein! Auf der anderen Seite! Achso, okay! Du hast schon einen zweiten Versuch! Guck mal, da hinten siehst du doch diese Things, wo du diesen Mund offen hast! Bestimmt muss man da nachher noch reintreffen! Ey, richtig! Alter! Dieses Level! Ja, hab ich gerade gemacht! Hab ich auf der anderen Seite gelandet! Mann, ey! Mein Level! Dein Ernst? Ja, danke! Ja, im Sand musst du stärker zuhauen! Ah ja, guck mal! Ja, nice! So, jetzt schön den Mund offen lassen! Jawoll! Oh mein goodness! Ich hab's direkt geschafft! What the fuck, wie lang ist denn die Strecke? Ja, die ist richtig lang! Ich hab jetzt auf der Lippe gelandet von dem Ding! Also auf der oberen Lippe! Also auf der oberen Lippe! Alter, was ist denn das? Wo muss der hin? Da hinten in das Loch rein, oder was? Boah, das Level ist richtig geil, hey! Wenn du durch das Mini-Loch bist, ist richtig geil! Ne, du durch das Mini-Loch bist! Oh nein! Hey Kevin! Ja! Ach, verdammt! Freut mich richtig! Gehört! Mit seinem Leuchtball! Doch das Mini-Loch, das. Ja, ja, schon klar, was du meinst. Ja, dann ändert sich das halt, dann ist es innen drin, das sieht richtig nice aus. Och ja, ernsthaft, ernst. Ich meine, wenn du keine Lust mehr hast? Dann ist auch voll egal. Oh, keine Grafik, nein. Mega, ne? Voll schön. Das sind sogar Katzen. Verrückt. Wenn Pidi jetzt nur hergucken würde. Ja, fick dich. Hey, 99. Oh, geil! Das ist dreistellig. Oh, wir bleiben hier drin, cool. Nein, was meint denn? Oh nein, da ist ja ein Abgrund. Das habe ich nicht vorhin gesehen. Mal schon. Boogie! Ja, was ist jetzt passiert? Ich glaube, jetzt hat sich mein Spiel aufgehangen. Mein Spiel aber auch. Yay! Ja, gut, da steht ja Early Access und am Anfang steht dran, viele Bugs und so. Wir wurden gewarnt. Bei mir hat es ja auch aufgehangen. Ja, bei mir auch. Allerdings wurden wir es nach dem Kauf gewarnt. Aber wirklich aufgehangen hat es sich nicht, weil die Zeit läuft bei mir halt noch. Also im Spiel, Gott sei Dank, aber. Ich lasse mal die Zeit runterlaufen, was da passiert. Ich kann auch noch nicht mit Optionen gehen. Ja, Optionen geht auch. Ich glaube, das liegt am Mac. Warum denn jetzt bitte am Mac? Entschuldigung. Das macht ja gar keinen Sinn. Da es bei den Windows-Rechnungen noch läuft. Äh, Entschuldigung. Kevin-Spiel ist zuallererst abgeraucht. Und zwar nur Kevin-Spiel. Ja, aber out of time. Siehst du, da kommen schon die Kopf. Ja, okay, jetzt läuft die Zeit wieder runter. Nee, es hat sich komplett aufgehangen. Ja, machen wir Retire, oder? Yes.